Ja hallo, der Danny und der André hier, wir wollten mal gerade ankündigen, morgen 18 Uhr, also Sonntag 18 Uhr wird es einen Livestream auf Hitbox von uns geben, mit dabei dann auch noch der Henning und der Mehmet, der von nun an dann auch unsere Livestreams übernehmen wird, also er wird aufgrund seiner besseren Internetleitung unser Livestreamer werden des Kanals und ja, gespielt wird dann der Euro Truck Simulator 2 Multiplayer und später vielleicht dann noch eine Runde Altes Live und ja, der André möchte auch noch was sagen. Und außerdem könnt ihr natürlich zu uns auf dem TeamSpeak Server mitjoinen, wenn ihr den Euro Truck Simulator habt und Altes Live könnt ihr natürlich auch gerne mit uns zocken, denn wir freuen uns riesig drauf und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Genau, ja, traut euch ruhig, kommt, schaut vorbei, äh, guckt und quatscht vielleicht noch mit unten eine Runde, wir ziehen euch vielleicht dann runter in unseren Bereich und dann schauen wir mal, was wir eventuell so machen können. Ähm, ja, wir sehen uns, bis morgen, tschüssi!